ja hallo und herzlich willkommen bei mfn modellbau für neue einsteiger ich bin andreas und ich sage ja heute habe ich mal ein thema und zwar habe ich mir eine anki overdrive bahn geholt wer sie jetzt nicht kennt es in diesem karriere bahn der unterschied ist nur dass man eben diese kleinen modellautos mit dem handy steuert und dass die gegner keinen zweiten mann dafür der ist computer gesteuert und fährt ihm halt alleine man kann damit waffen sammeln und also kram die bahn sieht so aus ja jetzt habe ich mir diese schöne waren gekauft und habe hinterher leider festgestellt dass die firma pleite ist was sehr schade ist aber die apps gibt es noch die funktionieren auf dem handy das ist alles kein problem aber leider sind die mitgelieferten autos nicht mehr die besten also die akkus in platt oder aufgebläht ich hatte zwei autos waren dabei die waren beide hinüber die batterien und hat mir danach noch mal nachträglich ein auto geholt und auch von dem auto ist die batterie platt und jetzt möchte ich euch einfach nur mal zeigen damit die bahn wegschmeißen müsst wie ihr am besten an den akku rankommt und wie man den am besten einlöten kann ich zeige euch das gleich auf dem tisch wie gesagt diese akkus kann man bei amazon besorgen und das ist relativ einfach also zeige ich euch mal wie das funktioniert und sehen uns gleich am tisch da haben wir jetzt so einen schönen rennwagen wie gesagt da ist leider der akku völlig hinüber also ich kann der ladestation ranhängen dann braucht er die ganze zeit bis er auflädt und wenn ich fahren will kann ich da höchstens zwei minuten mit fahren dann sollte ich normalerweise ich habe mir dazu diese akkus geholt oder ein akku und jetzt zeige ich euch mal wie man das macht also drehen um da ist eine kleine kreuzschraube die kann man dann einfach ausdrehen so kann man schon die ganze kabine hier sitzen so zwei kleine klammern da muss man ein bisschen aufpassen dass sie nicht kaputt sprechen deswegen habe ich mir deswegen nehme ich mir immer so ein kleines messer habe ich gerne sei so ein bisschen ein typ aufpassen dass man sich dabei nicht in die hände schneiden sie ist ein springer nämlich schon auf kann man den so hochklappen und dann da sitzt schon der akku drinnen den kann man so hoch nimmt wichtig ist dabei dass man kann das sehen dass da so eine filz unterlage ist die sollte die nachher auf den alten akku auch wieder drauf machen oder auf den neuen akku wieder aufmachen damit der nicht auf der platine liegt und kann man das da sieht man die beiden lötpunkte nimmt sich ein lötkolben lütet die ab und löte genau auf die gleichen punkte den neuen akku wieder ran schön oder rot und schwarz auf schwarz und dann setzt das genau umgekehrt wieder zusammen ganz wichtig ist nachher wieder beim zusammensetzen dass ihr die karosserie hier hinten als erstes ein hakt und dann vorne weil ich habe das nämlich mal verkehrt gemacht habe ich es nicht wie die eingehakt hätten und dann lief das auto nun geradeaus hat ist der spur nicht mehr gefolgt wie gesagt hinten als erstes ein haken und dann schraube wieder rein und sollte das funktionieren somit habe ich das schon mal wieder eingelötet und jetzt können wir das wieder einpacken dann sieht ihr auch dass der akku schon aufgebläht ist so nämlich einfach habe ich da wieder die die gummimatte wieder unter gemacht und dann geht das einfach wieder umgekehrt wieder rein so als wir eingehakt jetzt sollte der gleich eigentlich und alles gut gegangen ist leuchten alles super dann wie gesagt er sind die karosserie ein haken und dann dass die räder und der abstand gleichmäßig ist schraube wieder rein und dann war es das auch schon jetzt testen wir das mal das funktionieren da haben wir das auto setzen jetzt noch mal auf die bahn so und sie an das sieht schon gar nicht so schlecht aus gucken wir gleich mal wir lassen mal aufladen und dann warten wir mal ab so jetzt sind wir eine bahn jetzt gucken wir mal ob das gleich hinhaut nein das will ich nicht so das auto hat er schon kann jetzt gehen wir das mal ja super funktioniert ja ich hoffe ich konnte euch jetzt da ein bisschen behilflich sein und ihr müsst nicht gleich die ganze bahn jetzt müll schmeißen es ist natürlich schade dass wenn man sich jetzt ein auto bestellt oder wenn man sich die bahn bestellt dass die akkus dann gleich kaputt sind ich meine vielleicht habt ihr ja auch mehr glück und eure akkus in den autos noch heilen das war bei mir jetzt nur dreimal zufall das mag auch gehen nichtsdestotrotz ich wünsche euch einen schönen tag noch und sehen uns dann beim nächsten mal ich bin andreas und ich sage moin moin